Hallo und herzlich willkommen zu MrLoopzock Procycling Manager 2022. Während wir in den letzten Videos die Vuelta gefahren sind, waren parallel dazu zeitgleich auch noch ein paar andere Rennen, zum Beispiel Britannia Classic, Quest France. Da haben wir ein sehr gemischtes Profil zum einen, aber auch Teilnehmerfeld, wo wir mit Halverson und auch mit Blicra für die Bereiche was dabei haben, haben aber auch Tobias Haaland-Johannesson, seinen Bruder dazu, Charmix, Garset, ein paar punchige Leute, Wout von Aert, Jasper, Philipsen sind dabei. Ich kann auch gar nicht so richtig abschätzen, worauf das hier hinausläuft, schauen wir mal. Also wenn man der Prognose von dem Spiel Glauben schenken darf, dann ist das was für die Sprinter. Sprinter, also reine Sprinter, auch selbst Fabio Jakobsen, das zweifle ich ehrlich gesagt so ein bisschen, wenn ich mir das Profil anschaue, aber dazu später mehr. Erstmal habe ich mich mit Anders Johannesson in der Ausreißergruppe begeben, hier Landsmann-Wildeberg, der auch mal bei UNOX gefahren ist, ist mit dabei. Sechs Mann, knapp an die vier Minuten Vorsprung der Zeit, aber auch noch über 230 Kilometer. Noch 85 Kilometer, die Ausreißer sind knapp drei Minuten in Front. Ja, jetzt ist das Tempo hier relativ raus, während ich hier gerade wieder einschalte. Astana ist tatsächlich mit zwei Fahrern dabei, weshalb die natürlich taktisch hier ein bisschen was machen können. Ich habe jetzt hier mal das Tempo rausgenommen und versucht zu attackieren, um sich da abzusetzen, aber, naja, hat nicht so wirklich geklappt. Na ja, in jedem Fall sieht man jetzt aber schon, egal wie hoch das Tempo ist, dass anhand des Profils, dass er so einem Adennen-Klassiker, auch wenn die Anstiege nicht so steil sind, aber eher so einem Adennen-Klassiker, gleichkommt. Von daher rechne ich nicht mit Fabio Jakobsen als Sieger, auf gar keinen Fall. Ja, vorne hat Astana es jetzt geschafft, sich zu lösen mit Velasco. Und dahinter, ja gut, dass Romo nicht hinterherfährt, ist klar, aber auch die anderen wollen nicht mit mir gemeinsam nachführen. Dann greife ich die jetzt auch an. Also, wer mir nicht hilft, den können wir auch nicht gebrauchen als Last hier für Anders, Johannesson. Koretski, der Neuzugang bei Bora von BNB, versucht hier zu überbrücken. Ja, die werden wohl wieder rankommen. Schade, der Abstand war gar nicht so schlecht. Also, fast noch drei Minuten bis zum Hauptfeld. Ich glaube zwar nicht, dass sie durchkommen, aber vielleicht könnte man so noch einen guten Helfer ins Finale bringen. So, Johannesson hat tatsächlich hier Velasco wieder eingefangen. So, nehme ich jetzt auch mal raus. Mal gucken, was jetzt passiert. Aber eigentlich müsste Astana es ja nochmal versuchen. Jetzt fährt Koretski auch, es ist so weird. Inzwischen wurden die Ausreißer eingeholt und es gibt neue Attacken. Rund 38 Kilometer vorm Ziel. Tshis, Girmal und Sagan versuchen sich hier abzusetzen. Dahinter kontrolliert aber Jumbo Wismar das Geschehen. Ja, die haben natürlich mit Wout van Ate den großen Favoriten und auch wieder ein super Team am Start. So, die Gruppe wurde wieder eingeholt. Ich setze mich jetzt auch mal nach vorne so langsam. Alberson hatte eben eine Reifenpanne. Nicht viel Zeit verloren, aber doch ein bisschen was an Körnern, um wieder vorne herangeführt zu werden. Grundsätzlich wäre es ja schon von Interesse für uns, dass wir das Rennen schwer machen, damit die Sprinter nicht mehr mitkommen, sodass wir dann mit Johannesson, also Tobias, ja, sprinten können um den Sieg. Ich denke, das sollte eigentlich die bevorzugte Variante sein, aber so mega viele Helfer habe ich ja auch nicht. Von daher dürfen wir das hier jetzt auch nicht übertreiben mit der Tempoarbeit. Alternativ könnte ich natürlich auch mit Johannesson einfach mal vorher angreifen. Ich glaube, so bei dieser letzten Rampe. Ja, das machen wir einfach mal. Komm, fuck it. Ich gehe jetzt all in. Ja, fuck it. Ich gehe jetzt all in. Bisschen offensiver. Wir opfern sogar Halverson. Wir haben noch zwei Rampen. Die nächste kann Scar's Head, glaube ich, noch fahren und dann die letzte vorm Ziel. Da werde ich mit Johannesson angreifen. Und wir haben dann halt keinen Sprinter mehr am Ende. Ist aber auch egal. Halverson fährt bei der jetzt hier so gut. Er kann hoch, soweit er es schafft. Dann haben wir noch Scar's Head. Und der soll dann bitte Tobias in die letzte Steigung reinbringen. Es kann ja auch nicht sein, dass da alle Sprinter gerade noch mitkommen. Zumindest nicht gut positioniert. Klar, von Art. Oh, Demar. Und Co. Na, mal schauen. So, jetzt gehen wir gleich in die Abfahrt. So, nach sieben Kilometer. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen, kurzen Tal. Überwiegend abflüssig. Natürlich, das Hauptfeld ist schon ein bisschen zerpflückt. Aber natürlich insgesamt nicht so, wie ich das jetzt gerne gehabt hätte. So, Attacke. Attacke mit Tobias Halland-Johannesson. Ich muss sagen, ich mache sowas ja sehr selten. Deswegen weiß ich gar nicht, was für einen Einsatz ich den hier am besten einstellen sollte. Boah, das war erstmal eine krasse Attacke. Gehen wir mal auf eine 88 runter. Gucken aufs Profil. Überwiegend abschüssig jetzt. Das sollte eigentlich klar gehen vom Einsatz her. So, T-Spiel-Not. Und die Armada von Jumbo Wisma setzt danach. Zwei Kilometer noch. Kann er das Ding am Ende durchziehen? Ich sprinte mal. Natürlich werden die da nochmal nahe rankommen. Wir schauen es mal aus der Perspektive von Wout van Aert an. Am Ende van Aert. Aber nein, Johannesson kommt durch. Ich bin relativ sicher noch vor van Aert und Philipsen. Also, zum Teil hat es schon funktioniert. Van Aert und Philipsen sind natürlich sehr hügelfest. Sonst sind hier nicht mehr so viele reine Sprinter dabei. Doch, das war ja relativ einfach mal offensiv zu fahren. Sollte ich vielleicht mal öfter machen. Aber die Gelegenheit bot sich auch perfekt. Nice. Und da sehen wir einmal das Tagesergebnis. Johannesson gewinnt vor van Aert und Philipsen. Ja, super. Nächster Erfolg für unseren Pumpteur-Topstar hier. Weiter geht es mit dem Grand Prix Cicliste de Montreal. Und da haben wir natürlich wieder ein ähnlich starkes Team. Wie zuletzt auch Tobias Johannesson ist dabei. Einer der Top-Favoriten zusammen mit Wout van Aert. Aber auch Razov, Almeida, Bernal und Co. Ja, ich glaube für uns gibt es echt nur die eine Option. Alle anderen sind hier in der Helferrolle. Und da haben wir eine kleine dreiköpfige Ausreißergruppe. Die wird es sicherlich nicht überleben. Und wir haben hier einen ziemlich langweiligen Rundkurs, muss ich sagen. Den man haufenweise fährt. Ja, wenn man die Kombination der Anstiege gesehen hat, weiß man, was man hier bekommt. Das heißt, es geht ja mehr oder weniger fast die ganze Zeit rauf und runter. Knapp 42 Kilometer vorm Ziel wird hier das Spitzentrio fast eingeholt. Beziehungsweise während da einzelne von gerade aufgefahren werden, gibt es im Hauptfeld Attacken. Zum Beispiel von Bauke Mollema. Auch Remco Evenepoel hatte sich da mal kurz gezeigt, aber dann wieder hingesetzt. Ja, ich glaube nicht, dass wir so komplett die Teamstärke haben, um hier das Rennen zu gestalten und das Feld auseinanderzunehmen. Aber so ein bisschen mache ich das jetzt tatsächlich doch mal. Vorne haben wir inzwischen eine Sechs-Mann-Gruppe, die aber auch immer weiter auseinanderfällt. Also Mollema ist da so der größte Name. Ciani, Gendrame fällt zurück. Wein versucht auch sich abzusetzen. So, und jetzt schaltet sich auch Jumbo Visma ein. Rowan Dennis hat hier mal einmal draufgetreten eben. Und Easy die Gruppe vorne wieder gestellt. Auf den letzten 25 Kilometern sind wir jetzt, Zieldurchfahrt hier, und haben noch zwei Runden. Das heißt, wir fahren noch zweimal die Anstiege hoch. Und das Ziel ist dann aber, ja, ziemlich komplett im Flachen, leicht abschüssig insgesamt in Richtung Ziel. Hauptfeld besteht noch aus 50 Leuten. Attacke von Dylan Töns, dem Weltmeister, und Remco Evenepoel. Dylan Töns als Weltmeister auch. Ja, sehr ungewohnt, dieser Anblick. Ich gebe es zu, ich war gerade selber ein bisschen überrascht. Vor allem, wenn man daneben Remco Evenepoel sieht, der halt nicht mehr Weltmeister ist. Das hat sich hier jetzt aber alles wieder neutralisiert. Wir sind inzwischen in Front. Peloton besteht noch aus knapp 30 Leuten. Wir haben gleich noch Charmik als letzten Helfer. Und können dann eigentlich nochmal mit Vollgas in die Steigung reinbrettern. Und dann würde ich es mit Johannesson einfach mal versuchen. Und Abfahrt. Anton Charmik zieht jetzt an mit einer 95. Hauptfeld ist insgesamt wieder etwas größer geworden. Ich weiß gar nicht, ob die Steigung hier schwer genug ist, um wegzukommen. Aber versuchen werde ich es jetzt tatsächlich doch nochmal. Also Johannesson kann er sich hier absetzen. Natürlich ein bisschen. Geht jetzt in eine Abfahrt rein. Mal gucken, vielleicht ist sich die Gruppe dahinter nicht so ganz einig. Wellens, Van Aert und Co. Kleine Abfahrt. Und dann haben wir nochmal so eine Gegenwelle. Ja, ich befürchte hier wäre die Strategie wohl besser gewesen, wenn ich einfach defensiv gefahren wäre. Aber ist ja auch langweilig, das immer zu machen. Hier ist jemand überrundet. Er bleibt nach vorne. Sorry, wenn es gerade leckt. Irgendwie droppen da gerade die Frames. Immer noch knapper Vorsprung. Zwölf Sekunden. Aber es ist ja überwiegend. Es ist leicht abschüssig. Aber jetzt keine krasse Abfahrt in Richtung Ziel. Evenepool, Töns, Van Aert, Bagiel. Oh, die versuchen da nochmal ranzukommen. Das ist echt knapp. Johannes mit einer 99. Ich riskiere halt alles. Ja, der wird eingeholt. Und Wout van Aert wird hier von seinem Landsmann mustergültig angefahren natürlich. Und wird uns hier wahrscheinlich gleich platt machen im Sprint. Ja, so ist es auch. Guter Versuch von Johannessen. Aber am Ende, sehr kurvig. Setzt sich hier Wout van Aert wenig verwunderlich durch. Vor Evenepool, Töns. Und Johannessen wird dann Fünfter aus der Gruppe. Dennoch gute Leistung. Es hätte fast geklappt. Danach kommt dann das Feld. Fünfter Platz. Ja, insgesamt okay. Ich bin mir sicher, wenn ich nicht angegriffen hätte und ich nur in der Gruppe geblieben wäre. Oder mich vielleicht von dem hier hätte einholen lassen ein bisschen vorher. Und dann da dranhängen für eine bessere Pose. Und ein bisschen mehr Kraft im Sprint wäre wahrscheinlich zweiter hinter van Aert geworden. Aber ich wollte halt auch mal was riskieren. Insgesamt dennoch, glaube ich, ganz gut gelungen. Weiter geht es mit der Europameisterschaft. Das Zeitfahren habe ich schon absolviert. Da hatten wir nicht wirklich was zu melden. Aber jetzt im Straßenrennen wäre es natürlich geil, da den EM-Titel zu gewinnen. Ja, es ist überwiegend ein flaches Profil. Wir haben Alexander Christoph hier als Sprintkapitän dabei. Mal schauen. Gute Konkurrenz mit Wout van Aert und Co. Ich denke, es wird ein Sprint. Oh mein Gott. Der Radsportgott oder wer auch immer hat mal wieder zugeschlagen. Ja, Massensturz. Wir müssen umdisponieren. Von uns mussten wir eben vier Fahrer aufgeben. Christoph, Blicra, Halborsson und Boas von Hagen. Also haben wir noch Bieström. Ab und Gründer Jansen und Markus Höhlgaard. Ja, ich sag mal, Jansen und Höhlgaard sind okay. Aber Sprinter sind das jetzt nun wirklich nicht. Alter, ich komme einfach nicht nach vorne. Hier so kurvig. Wir kommen einfach nicht nach vorne mit Bieström. Ich versuche das schon seit gefühlten fünf Kilometern. Jetzt haben wir nur noch 8,5 hier im Tunnel. Ich versuche irgendwie außen dran vorbeizukommen. Rechts, links. Es ist einfach so scheiße eng. Also wenn wir es noch einmal nach vorne schaffen sollten. Ja, jetzt halte ich es nicht für ausgeschlossen. Es wird wieder eine ganz komische Sprintanfahrt. Da könnte man sich tatsächlich sogar vielleicht irgendwie einen zurechtlacken. So, Jansen. Noch fünf Kilometer. Cavendish rollt hier an uns vorbei. So, Gründer Jansen kommt jetzt auf der rechten Seite hier raus. Wir können eigentlich mit Bieström rausnehmen. So, Jansen. Drei Kilometer noch. Boah, wir werden hier übelst ausgebremst. Ist das lächerlich. Joa, wir ziehen mal den Sprint an. Markus Höger, der hängt hier irgendwo drin. Zwei Kilometer. Los. Sprinte los. Und wir schauen mal nach vorne. Sorry. Die Frames droppen hier gerade ganz schön krass. Philipsen gewinnt am Ende. Deutlich. Aber sowas von deutlich. Und Markus Höger hat. Boah, schafft es vielleicht noch in die Top Ten. Also, das war echt irgendwie eine EM zum Vergessen. Am Ende Platz 12 für Norwegen. Joa, egal. Glückwunsch an Philipsen. Und zum Abschluss für heute haben wir nochmal ein bisschen Warm-up auf die Lombardei-Rundfahrt. Und zwar Giro dell'Emilia. Einen italienischen Klassiker. Joa, die Fitness und Form unserer Fahrer schwindet hier zum Saisonende. Wir sind auch schon fast im Oktober. Aber immerhin Tobias Halland-Johannesson. Den habe ich nochmal ganz gut eingestimmt. Auf das Monument, was ihr dann im nächsten Video sehen werdet. Mal gucken, wie das hier heute als kleines Warm-up laufen kann. Ist ein Kurs, der sehr gut für den gemacht ist. Der hat zwar nicht viel Team-Unterstützung. Aber ich denke, der sollte da auch alleine mindestens in die Top 5 fahren können. Auch wenn Alaphilippe und Bernal zwar dabei sind. Aber Johannesson kämpft schon um den Sieg mit. Wir befinden uns jetzt auf einem Rundkurs. Dreimal haben wir noch so eine v-förmige Steigung, bevor wir dann zum Schlussanstieg kommen. Sanluka. 2,2 Kilometer, fast 8% im Durchschnitt. Vorne noch 10 Ausreißer. Die haben noch knapp eine Minute Vorsprung. Ich habe mich jetzt aber mal dran gemacht, die einzuholen. Und wir haben ja mit Tränen, der ist im Formhöhepunkt, auch wenn die Fitness nicht so hoch ist, doch durchaus ein, der, glaube ich, Johannesson noch im finalen Anstieg unterstützen kann. Bis dahin sollten alle anderen wahrscheinlich verbraucht worden sein. Noch 12 Kilometer. Wir fahren jetzt in den vorletzten Anstieg rein. Die Ausreißer haben wir eben gerade eingeholt auf der letzten Runde. So, wir übergeben mal an Antoine Charmic. Das Gashead ist da nicht ganz so in seinem Element. Charmic Eck und dann Trän und Tobias Johannesson. Ja, was die Konkurrenz anbelangt, ist schwierig einzuschätzen, wie gut die anderen noch so in Form sind. Ich weiß nicht, wer jetzt von den anderen, Alaphilippe, Bernal, Kwiatkowski und so weiter, die Lombardai-Rundfahrt so als Ziel gesetzt hat, ob die noch fit sind. Johannesson sollte hoffentlich auch bis zum Monument seinen Formhöhepunkt erreichen. Das wäre so der Optimalfall. Dann können wir mit dem da vielleicht nochmal sogar auf Sieg fahren. Aber kommen wir erstmal hier zur Generalprobe. Fünf Kilometer nach. Das Hauptfeld besteht aus 30 Leuten. Ganz oben in dem Bereich ist die Schlusssteigung ein bisschen flacher. In Anführungszeichen. So, Niklas Eck fährt jetzt hier mal mit einer 99 hoch. Wird also so ein Bergauf-Sprint anscheinend. Jetzt hier links dieser Knick. Und dann kommen wir auf den letzten zwei Kilometern in diese krasse Steigung rein. So, gucken wir mal von hinten. UAE sprintet hier mehrgleisig. Drehen, wartet lang. Bevor wir dann Johannesson jetzt abschießen, kommt er da durch. Sieht gut aus. Wir haben hier einige überrundete Fahrer. Johannesson knapp vor Egan Bernal. Und auf der linken Seite Sergio Iguita. Kann da nochmal jemand schneller rankommen? Oh ja, Egan Bernal macht am Ende das Ding. Der ist hier ein kmh schneller. Aber auch Iguita auf der linken Seite recht schnell. Es ist ein Dreikampf. Am Ende gewinnt Bernal vor Johannesson. Zweiter Platz hinter Egan Bernal. Da kann man, glaube ich, gut mit Leben selbst torschen. Drehen hier noch auf dem Weg in die Top 10. Hut ab. Neunter Platz. Sehr gutes Ergebnis. Ja, also abgesehen von der Europameisterschaft, wo wir nicht so die Rolle gespielt haben, aufgrund der Stürze, waren alle anderen Rennen doch erfolgreich. Natürlich eigentlich nur wegen einem Herren hier. Aber der ist natürlich auch unser Bester. Ja, das war es erstmal für heute. Kurzes Video. Aber beim nächsten Mal geht es dann direkt weiter. Und zwar mit dem Saisonfinale. Mit der Lombardei-Rundfahrt. Und dann könnt ihr euch danach auch schon direkt auf die zweite Season freuen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, Mr. Luke zockt pro Cyclingmanager 2022. Bis dahin macht's gut. Ciao.